Willkommen auf meinem Kanal und es geht weiter mit Lake. Ja, der nächste Tag steht an und wir haben eine ganze Menge auszuliefern. Zum Glück auch einiges hier oben, also gleich in der Nähe. Ja komm, starten wir direkt mal rein. Ich bin auch gespannt, ob wir Morten mal wieder kriegen. Ob wir den Mrs. Jenkins zurückbringen können. Ob der von seinen ganzen Cupcakes kuriert wurde. Schauen wir mal. So, fahren wir mal da vorne hin. Da wird ein Paket benötigt. Ähm, ah, okay, das ist hier. The Flick Check, okay. Ich werde mal das Radio ausmachen. Gut, wenn Musik ist, geht das. Aber wenn da Nachrichten sind, nervt das ein bisschen. So, Main Street, ich denke mal, dann muss es das hier sein. Ich habe jetzt gar nicht nach Adresse geguckt, aber es gibt nur eins für die Main Street. So, gehen wir mal rein. Ah, dann können wir ja eigentlich gleich hier unser Video wieder zurückgeben. Wenn der Postmann zweimal klingelt. Ja, moin. Oh, hallo wieder. Mehr Informationen für mich? Und die Tape, die du mir gegeben hast. Oh, wow. Du hast es schon gesehen? Ein Drifter in einer schlafen Stadt, ein Affair und ein Plot, um einen Mann zu töten. Ja, ist ja meist so, ne? Ja, ein Remake oder wie auch immer, wird meist nicht so gut oder eine Fortsetzung auch nicht, ne? Ja, sie ist toll in der Rolle. Schwelend ist vielleicht ein wenig übertrieben. Ja, sie ist großartig, nicht? Ich bin so glücklich, dass du es liebst. Die meisten der Leute hier nicht wirklich die Kunst der klassischen Film kreieren. Sie wollen nur die Polizeiakademie wiedersehen. Äh, ich glaube, du tust ihnen Unrecht. Tja, ich fürchte, du hast recht. Ja, ich glaube, man. Ist ja, wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden. Du siehst sie kurz. Vielleicht. Ich wünsche mir, dass ich nicht der einzige Film-Buffer-Rounde war. Ja, stimmt. Dann hättest du auch mehr, ähm, Kunden. Füttere einfach brav weiter meinen Videorekorder. Dann bin ich im Nu auf dem Laufenden. Aber du scheinst es zu genießen, die einzige Expertin hier zu sein. Du siehst, du es zu genießen, die einzige Expertin hier zu sein. Also, sagst du, ich fühle mich an diesen Rubben, weil... Ich glaube, ich mache es ein bisschen. Du weißt, es ist gut, dass du dich sehen kannst. Kann ich irgendeine besondere Grund sein? Weil ich einen neugierigen kleinen Plan habe. Oh, wir flüstern jetzt. Ich will, dass du mich heute Abend treffen möchtest. Sag, um fünf Uhr heute. Okay. Äh, was denn? Haben wir eine Abredung oder so? Ist das der ganze Plan? Tut mir leid. Das habe ich schon was anderes vor. Ne, fragen wir mal hier das Erste. Was? Wie ein Date? Hm, hm. Ja, klar. Das höre ich mir an. Ich bin in. Hurra! Ich will dich in der Nacht sehen. Warte, wo sind wir uns? Dein Ort? Es ist 102 Neustrie, oder? Äh, du legst dich selbst zu mir nach Hause ein? Das finde ich ziemlich frech. Äh, ja, wie hast du das herausgefunden? Ja, gute Frage. Ja, wie hast du das herausgefunden? Du hast deinen letzten Namen in der Rolodex gesehen. Deine Eltern sind regelmäßig Klienten. Ah, okay. Äh, ich glaube schon. Doch. Aber können wir uns nicht einfach im Deiner treffen? Ja, gut, na schön. Ich vertraue ihr. Die wird mich ja nicht umbringen wollen, oder sowas. Oder doch. Naja, heute Nachmittag wissen wir es. So, bis nachher. So, weiter geht's. Wieder schnell ein Schritt ist raus. Oh, wie ging das Radio nochmal? Ah, ich mach's mal aus. Nervt ein bisschen, muss ich sagen. So, weiter geht's. Und wo ist das? Wo ist das? Hier vorne das Haus. Ja. 401 Main Street. Die kriegen ein Paket. Nee, Post kriegen sie. Ja, Post kann ich ganz einfach. Hingehen, Tasche. Rausholen. Fertig. So, was gibt's denn Schönes? Ähm. Hallo, hallo, hallo. Warum nicht? Wieso nicht? Ist doch Post. Ähm. Ah, ist noch ein weiter? Weiter? Nee, 401. Höh? Achso. Haha. Ja, 401 ist es, aber für 403 ist die Post. Okay. Aha. Keine Mal passieren. So, wo muss ich denn noch hin? Hier in der Gegend war doch noch irgendwo was. Okay. Gegenüber in der Straße ist noch ein Brief. Und da auch noch ein Brief. Und da unten noch ein Paket. Meine Herren. Alles auf der Ecke hier. Also müsste ich jetzt da die Straße rein? Ah, ich stehe schon wieder im Weg. Sorry, tu mir leid. Bin gleich weg. So, einmal schön New Turn. Das wäre mit dem Ding. Ja, geht doch. So. Sag mal, ich hatte doch das Radio ausgemacht. Mensch. Ja, das ist wirklich kaputt. Ausmachen. Es geht nicht. Das geht nicht aus. Das Radio, es hört einfach nicht. Aber vielleicht wird's ja noch repariert. So, das ist jetzt hier. 302 Jackson Street. Yo. Na, was haben wir denn? Was Interessantes? Nein. Zumindest sagt sie nix. Ja, wetten ist hier schwierig, ne? So, ich werde mal hier die Auffahrt einmal nutzen. Dankeschön. Wunderbar. Ja, da bin ich mal gespannt, was die von uns will. Die Videothekenfrau. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Was sie denn für ein geschäftliches Anliegen hat. So, dann müsste ich noch einmal hier rechts jetzt gleich. Ja. Das ist schön, dass das alles hier auf der Ecke ist und ich nicht einmal um den See fahren muss. Wobei ich denke, es werden noch Tage kommen. Da muss ich bestimmt dann richtig um Pulling fahren. So, wer kriegt denn hier Post? Könnte hier sein. Komisch. Ich steig aus. Radio geht an. Yo. Jawoll. Zack. So, und dann haben wir noch ein Paket hier in der Nähe. Das liefern wir auch noch eben aus. Das ist jetzt... Warte, warte, warte. Äh. Ja, ich fahre die Straße einfach komplett runter. Dann einmal links. Und dann kommen wir da schon hin. Ja, und dann ist schon eine ganze Menge verteilt. Sind wir ganz schön flott unterwegs heute. Das ist gut. Da haben wir dann noch schön viel Zeit zum Quatschen am Nachmittag. So, einmal Mut zur Lücke. Rum um die Ecke. Ja, wunderbar. Schafft er. So, da gibt es das Paket. Einmal hier links. Einmal hier links rein. Jawoll. So, wer kriegt das Paket? Scheint hier hin zu gehören. 102 Pine Street. Wollen wir mal gucken, ob wir da was haben. Ich glaube, da waren jetzt noch zwei Pakete, ne? Irgendwie war da doch noch eins. Jo. Da ist es. Könnte ein Wein sein. Oder irgendwie sowas. Na, mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja gleich raus. Jo. Legen wir das Paket einfach ab. Ja, da nimmt schon keiner weg. Hier im Ort auf jeden Fall, nicht? So, wo darf ich denn jetzt hin? Ähm. Ah, hier. Hier muss ich hin. Das machen wir jetzt erstmal. Jetzt hole ich sie mal Mordtimmer ab, weil dann kann ich nur noch zu... Die wohnt ja hier irgendwo. Mrs. Jenkins. Kann ihre Katze abgeben. Freut die sich bestimmt, wenn die wieder da ist. Da kann sie Mordtimmer wieder Cupcakes gegen. Damit ich ihnen wieder abgeben darf zum Auskurieren. So, einmal den Morty abholen. Und scharf rechts. Ui, 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 ui. Ah, ja. Gut. Eingepackt. So, einmal schnell ein Schrittes. McKay's Bait. Tackle. Und Boat Rental. Okay. Und der hat sogar direkt auf jetzt, ne? Ne. Das Schild hängt immer so. Es hängt immer, immer close. Ich war immer zu. Ich muss kein Geld verdienen. Ich gucke einfach aufs Wasser und freue mich. Und das macht sie wirklich. Arbeiten an einem Pulli an, diesmal, oder? Jetzt hat er doch noch was Helles angehabt. Oh, guten Tag, Meredith. Mordt ist gut. Wie ich erwartet, war es nur ein bisschen Indigestion. Ein schöner Rest und ein bisschen Lake Trout. Und am Morgen hat die kleine Krüter ein Weltkrieg gemacht. Ja, da ist er. Mrs. Jenkins wird befreit. Hm. Let me take him off your hands. Alright. Bye, Mord. Anything else, Miss Weiss? Enjoy yourself so far? Ja, ja. Äh, ich kann das noch nicht sagen. Ich hab's ja gerade jetzt angefangen. Äh, ja, ist mal was anderes. Naja. Ist nicht ordentlich. Ist mal was anderes. Ist mal was anderes. Hast du Spaß? Ja. Ich werde wohl noch öfter Katzen vorbeibringen. Hehehe. So, Mortimer. Bringen wir dich mal wieder zu Frauchen. Dann gibt's wieder lecker Cupcakes. Hm. Ja, wie fahr' ich denn jetzt? Ich glaub' erst mal das Paket da auf der Karte rechts oben. Ich glaub', das ist ziemlich in der Nähe hier. Ähm. Ja. Doch, ich glaub', so machen wir's. So. Morti. Hab' in die Dunkelheit. Kannst ein bisschen proben. Machen Katzen eh fassen kann den Tag. Und wenn sie sich nicht grad streicheln lassen oder füttern lassen oder vor der Tür stehen, zu tun, als würden sie raus wollen und wenn man sie aufmacht, dann wieder weggehen. Das machen sie auch sehr gerne. So. Könnte das deiner sein, oder? Ja, ich glaub' ja. Ich glaub' das an deiner. Jawoll. Gibt wieder Frikadellen. Ja, mal gucken. Vielleicht kommen wir ja diesmal dazu, einen Kaffee zu trinken. Letztes Mal hat's ja nicht geklappt. Können wir kleinen Klünschnack abhalten. So. 500 Lake Road. Das ist hier. Äh. Ich muss es auch mitnehmen. Sonst wird das nix mit dem Ausliefern. Hab' ich nicht eh gedrückt? Eh mitnehmen. Jetzt. Jetzt hab' ich's gedrückt. Wunderbar. So, moin. Mach' den Kaffee warm. Ich bring' ein Paket. Hi, Maureen. Hi, Hon. Wie geht's mit dir und deiner Küche? Wie immer. Du weißt schon. Der gleiche Trott. Gut, nehm' ich an. Nee, was ist mit der Küche? Ich bin gut. Aber wie geht's dir? Du weißt, mit der Kuchel explodiert. Oh, das? Ha. Nichts wie frisch, wie eine Pauke und eine Mopf. Das kann nicht verpasst. Das bedeutet, dich schreien. Ha. Let's pick up where we left off, shall we? And one piece of blueberry pie? Jawoll. Ashley, one blueberry pie? Oh. Hoffentlich klappt das. Weißweiß, zurück in Providence Oaks. Wie ist das Leben, dich zu beantworten, darling? Naja, wieder hier zu sein, fühlt sich schon etwas komisch an. Eigentlich ist es ganz in Ordnung. Ja. Es ist alles okay, eigentlich. Ich habe ein Paket zu Kaye in ihr Haus früher. Ja? Sie hat mir gesagt. Wie hat das für dich getan? Es war etwas merkwürdig, Sie wiederzusehen. Ehrlich gesagt, glaube ich, ich bin mit der Tür ins Haus gefallen. Ich glaube, es lief ganz gut. Ähm. Ja, ich glaube, ich bin mit... Hab ich nicht... Hatte ich nicht gesagt, von wegen, sie wäre mit Tackle... Ne, wie er hieß, ja. Äh. Weil sie mit dem Footballer zusammen ist, da. Ja, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Äh, so wie du zum Beispiel, oh. Naja, dieser Diner hat sich auf jeden Fall verändert. Ja, da sprechen wir mal drauf an. Äh, mir gefällt, was du aus dem Laden gemacht hast. Es sieht ganz anders aus, als meine Erinnerung. Sogar der Name hat sich geändert. Genau, fragen wir da mal noch. Hat er sich geändert? Ja. Ich habe entschieden, es war Zeit für eine Veränderung. Ich fühle mich das gleiche, nachdem ich Stan sterbe. Hm, okay. Der Welt wird immer aufhören. Du musst immer weiter mit dem, oder? Ja, das stimmt. Stan ist tot, das tut mir so leid. Ich hatte ja keine Ahnung. Oh mein Gott, Maureen. Stan sterbe? Ich bin so sorry. Ich hatte keine Idee. Danke, Darling. Aber es ist wirklich okay. Hey, es ist bereits zehn Jahre alt. Zehn und eine halbe, fast. Oh, Mann, habe ich diesen Mann lieb. Wir haben so lange getroffen. Er hat mich wie ein Brick. Aber nach einem Zeitpunkt habe ich entschieden, dass diese Schmerzen nicht die einzige Emotion, die ich zu haben kann. Das ist nicht, was Stan auch wollte. Ja, da hast du wohl recht. Äh, das ist wirklich inspirierend. Klingt, als hättest du schlimme Zeiten durchgemacht. Ja, das klingt richtig. Danke, Hon. Ich habe das sehr gefühlt. In any way. Du musst zurückkommen. Hm, ich wünschte, ich hätte das gewusst. Ja, anscheinend nicht. Kann sein, aber ich war so in meiner Arbeit vertieft. Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin nicht sicher. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Oh, es ist okay, Hon. Ich gebe ehrlich gesagt nicht ein Hütter über einen Blame-Game. Wir haben alle unsere Leben zu leben. Aber Kay hat viel überrascht. Sie hat ihren Onkel durch seine Krankheit geholfen. Sie hilft mir aus. Ich denke, dass du wiedersehen hat, hat sie ein bisschen aufgelöst. Sie muss dich in diesen Tagen vermitteln. Ich kann es mir vorstellen. Ich bin nicht sicher, ob wir einfach da weitermachen können, wo wir damals aufgehört haben. Ja, wo haben wir denn damals aufgehört? Es war schön, sie wiederzusehen. Ich habe sie auch vermisst. Ja, doch, denke ich schon. Es war gut, sie wiederzusehen zu sehen. Ich habe sie auch. Dann? Es klingt, wie du weißt, was zu tun. Hör, Meredith. Zeit macht es auf. Und letztendlich, du merkst, es macht es auf deinem Gesicht. Die Leben ist zu kurz. Das ist genau, warum ich entschieden habe, dass ich dieses Ort mit einem Re-Purpose nach dem Stand passen kann. Ein frischer Start. Es hat sich seitens der größte Diner gemacht. Und glaub ich es nicht, Business ist besser als immer. Das ist großartig, Maureen. Gratulich. Ha, das sagt die Frau, die meinen Blaubekuchen vergessen hat. Ja, das ist gut. Ha, das sagt die Frau, die meine Blaubekuchen vergessen hat. Was für... Ashley? Was hat mit dem Kuchen passiert? Ich bin so sorry, Honey. Ich habe das Kind gesagt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon bald wieder zurückkommen werde. So geht das aber nicht. Beim nächsten Mal erwarte ich aber Kuchen. Keine Sorge, mir war gerade sowieso nicht nach Kuchen zu Bote. Ähm. Ha, ha, ha. Es ist okay, Maureen. Ich habe eine Gefühl, ich werde bald wieder zurück. Ha, ich werde dich an das halten. Ich mache das. Bye, Maureen. Gut, weiter geht's. Einen kleinen Plausch gehalten. Das ist immer gut. Vor allem hier in ländlicher Gegend. Da muss man immer auf dem Laufenden bleiben. So, und jetzt fahren wir, glaube ich, zu Mrs. Jenkins. Also in die Richtung auf jeden Fall. Mal gucken. Ähm. Da haben wir nichts. Ja, da fahren wir. Das ist Mrs. Jenkins. Also da wohnt sie. Hier hin. Ähm. Ja, genau. Komm, los geht's. Vollgas. Dauert zwar, wenn Beschlüsse da sind. Aber genießen wir die Aussicht. Ja, können wir leider nicht, weil der dreht es immer weg. Ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite würde ich sonst nur irgendwo reindonnern. Von daher ist das schon ganz gut. Hupen würde ich gerne, wenn jemand entgegenkommt. Ein freundliches Hupen. So, da haben wir noch ein Paket und ein Mortimer hinten im Laderaum. Und noch ein Briefchen auszuliefern. Und dann haben wir schon Feierabend. Und dann wollen wir mal gucken, was die... Ich hab den Namen... Ich kann mir den nicht merken. Die Videothekentante will. Was die denn so tolles vorhat. So, Mrs. Jenkins. Ihre Katze kommt wieder zum Verwöhnen. Ach, die wartet schon. Ganz sehnsüchtig. Oh, die kommen mir schon entgegen. So, holen wir einmal den Morty raus. Wo ist er denn? Ja, ist ja noch der Morty. So, einmal Morty to go. Bitteschön. Schau, wer ist zurück. Mortimer! Oh, schau dich an! Du bist so gut als neu. Ja, Mr. Mackey rät dringend, ihn nicht mit Cupcakes zu füttern. Ja, sicher. Ich vermute... Nee, das erzählen wir schon. Also, Mortimer zuliebe. Ja, Mr. Mackey sagte, nicht zu ihm Cupcakes zu füttern. Hm. Ich glaube, er ist richtig. Es ist... Es ist nur, dass er sie so sehr mag. Nicht, Mortimer? Insofern, danke dir so sehr, Meredith. Mein Pfeil. See you, Mrs. Jenkins. Call me Mildred, dear. Da haben wir jetzt aber einen Stein im Ritt bei der. Mildred. Ja, wunderbar. Denn ist unsere Beziehung zueinander doch besser als am Anfang. Mittlerweile. Aber war das ja doch ein bisschen... Hm. Eine alte, schrollige Dame. Ich meine, das bleibt sie immer noch. Aber sie ist doch recht nett. Oh, Rasenmähen können wir auch noch gleich mitmachen. Na, was gibt's? Was Interessantes? Nee, sie sagt nix. So, dann haben wir nur noch einen Brief. Wunderbar. Und dann geht's wahrscheinlich nach Hause. Und dann treffen wir uns ja. Mit der Videothekentante. Ja, Stopp schildern zu mir irgendwie gar nicht. Da mach ich doch nicht halt. So, ich fahr ja mal durch. Moin. Ja, jetzt würde ich gern huben. Ach, ist das Ding. Auf der Straße fährt er dann wieder schneller. Also, wenn man von der Straße abkommt, bremst er automatisch. Ah, ist das hier wieder beim Sägewerk? Könnte sein. Vielleicht erfahren wir diesmal ein bisschen mehr. Was denn da... Nee, noch nicht. Doch. Doch, nach der Brücke. Genau, doch. Was müsste da sein? Vielleicht erfahren wir dann ein bisschen mehr, ähm... Was denn in dem Brief letztes Mal drin stand? War ja anscheinend nichts noch Gutes. Aber er wollte damit auch nicht so richtig rausrücken. Ah, da ist er bei der Arbeit. Wie auch bei der Arbeit. So, ich hab mal wieder einen Brief. Hoffentlich mal was Besseres. Der Robert. Guten Morgen, Mr. Harris. Hm. War haben wir schon beim Du? Nee, sagen wir, Mr. Harris. Hey, da. Mehr Papierarbeit mit meinem Namen auf dem? Hm, ich hörte schon. Danke. Oha. Noch mehr Mist? Kannst du es glauben? Ich habe mich auf dieses Lachsignal für Jahre gearbeitet. Und jetzt werden sie es bauldozen. Oh. Klickt auf hier ein toller Ort zum Wohnen mit der Absatzaufsicht. Ja, klar, aber... Nicht, wenn man dann selber vielleicht weg muss. Äh, das reuniert die Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Oh, das ist ein Schade. Äh, ja, mein Vater hat hier als Postbode gearbeitet. Ja. Ja, mein Vater war der Mailman vor mir. Mr. Weiss? Ah, also du bist der Prodigie, der immer über das gesprochen hat. Wäre mir nicht zufrieden. Aber erzähl mir mal über das Papierarbeit. Sie sagen, du kannst eine offizielle Angelegenheit, aber ich bin kein großartig mit der Bureaucratie. Ich würde lieber die Chance haben, wenn ich in der Stadt Halle halbe. Moment, jetzt mach mal halblang. Äh, es gibt kein Problem, dass eine Kettensäge nicht lösen kann. Äh, es gibt kein Problem, dass eine Kettensäge nicht lösen kann. Ähm, komm, sagen wir Tschüss, Robert. Hey, warte mal. Ich bin fertig zu denken über das. Ja, können wir machen. Ja, können wir machen. Jo. Ja, krieg eigentlich immer mal einen Lobbelkuchen. Klar, wer kann zu essen und Getränke im Deiner schon Nein sagen? Ja, hat nicht lange gedauert. Ähm, ja, komm, klar. Hm, sicher. Wer kann sagen, Nein zu Essen und Trinken bei Moe? Okay, klingt gut. Machen wir mal. Siehst du wohl, haben wir morgen auch schon was vor? So, und jetzt zurück zum Postamt. Und dann treffen wir uns ja noch. Ah, oh Gott. Oh Gott. Vielleicht auch nicht. Aber ich hoffe, ich komme wieder raus. Das wäre es noch, wenn ich mich hier festfahre. Oh, oh, oh. So, Achtung, Achtung, ich komme, ich komme. Alles weg da. Ja, läuft. Ah, da hinten kann man schon sehen, das kleine Örtchen. Ist ja nicht so weit. Mal gucken. Nee, hupen kann man wirklich nicht. Also, ich habe es zumindest mit Haar probiert. Ich würde vermuten, dass da dann die Hupe ist. Ja, sehr schön. Sind wir gleich da. Einmal scharf links. Oh, 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 oh. Da muss ich doch nochmal die Finger vom Gas nehmen. Hey, aufpassen. Mensch, ich kann doch einfach über die Straße laufen hier. Geht auch nicht. So. Ach, komm, egal wie das steht. Zack. Feierabend machen. So, bin ich mal gespannt. Nein, Angie Eastman. Du kannst wirklich nicht eine Frau mit einem Computer machen. Was ist das? Es heißt, Weird Science. Du hast wirklich nicht gehört? Es war ein ziemlich großartiger hit. Ich habe dich mit deinem Computer background. Ja, fehlt die Brille, wa? Äh, ich enthalte Vielheiten. Okay. Danke. Das werde ich mal als Kompliment. Naja. Äh, ich bin außer Dienst. Zumindest für eine gewisse Zeit. Ja. Well, ich bin aus dem Dutel. Für ein bisschen. Gut für dich. Also, irgendeine besondere Gründe, dass du nicht mehr in der Nerdfactory bist? Äh, sagen wir einfach mal, ich brauche einen Tapetenwechsel. Das ist kompliziert. Mehrere Gründe, schätze ich. Dies und das. Ähm. Ich glaube, ich brauche einen Tapetenwechsel. So genau weiß ich es ja nicht gar nicht, warum sie es macht. Let's just say, ich brauche einen Change of scenery. Okay, well, ich bin total sicher, etwas anderes zu machen. Anyway. Ich war in Los Angeles. Oh, wirklich? Dann, ja. Providence Oaks ist ziemlich anders. Sicher ist es. Es ist kaltier, für ein Ding. Lassier für ein anderes. Das sind genau die beiden Dinge, die ich ja am meisten mag. Äh, zwei Dinge, an die ich mich nur schwer gewöhnen kann. Ja, dann erzähl mir doch mal von deinem Plan. So, erzähl mir doch mal über dieses Plan von dir. Ist die Strecke Teil davon? Oh, richtig. Es ist einfach. Ich will, ich will, dass du Filme all über Providence Oaks distribuieren. Irgendwie habe ich mir so schon gedacht. Für frei? Ja. Du kennst die Stadt, du beginnst, die Leute zu kennen. Nicht alle von ihnen haben VCRs noch, aber das ist, warum hat Gott die Filmboxen inventiert. Und bei Gott, ich meine Elektronik-Systeme. Schau, es ist ein VCR in einem Box und es ist auch portabel. Also, du kannst es zu niemandem nehmen. Oh, richtig. Oh Gott. Wir haben es von diesen gehört. Ich habe noch nie einen gesehen. Ich habe eine Liste von potenziellen Kunden und den Filmen, die ich glaube, dass sie es lieben. Alles, was du tun musst, ist, die Filmboxen mit einem Film ihrer Wahl. Dann gehst du es und holst es zurück, wenn sie es sehen haben. Aber wo generiert dieses Geschäftsmodell nun Einnahmen? Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt darf. Ja, komm. Okay, aber was ist das Revenue-Modell hier? Oh, du! Nicht alles ist um Geld. Es ist um die Verkaufung. Was, ich glaube, ist um Geld. Hier, ich gebe dir diese zwei, um zu beginnen. Diese sind für Lori. Du kennst sie, oder? Die Mechanikerin die Gasstation, oder? Ja, gut. Ich habe diese zwei für sie. Die Liebe-Bug und Ein-Nightmare auf Elm-Street. Gute Kombination. Ja, das könnte was für ihn sein. Aber nicht, bevor Lori eine Chance bekommt. Ich denke, sie will es lieben. Nachdem Lori die Boxen zurückgeben, habe ich ein paar Filme für Burt Mackey geplant. Sie sind Jaws und Der Dirty Dozen. Das ist es für heute. Wenn du in den das ist. Das ist es für heute. bist du in? Natürlich. In Ordnung. Bin dabei. Tut mir leid, Angie. Aber ich... Na klar, machen wir. Okay. Diese Anzeichen sind auf meiner Route irgendwie. Ja, ich bin in. Okay. Danke viel, Babe. Jetzt, hast du noch mehr dieser großartigen Kaffee? Eigentlich, ich muss wirklich zurückgehen. Oh, was ist der Rache? Ich habe die Kaffee unattestellt. Better zurückgehen. Ja, die Zeit verpflegt, wenn man sich gut amüsiert. Ach was, trink doch noch einen Kaffee. Ich verstehe. Ähm. Ja, ich will sie auch nicht aufdringen. Ich glaube, Zeit fliegt, wenn du Spaß hast. Ich glaube so. Bye, Babe. Ja, wunderbar, da haben wir jetzt noch mehr zu tun. Haus da für mir weiß Donnerstagabend. Ah, okay, die ruf wahrscheinlich Mama noch mal an. Yo. Hat mir schon fast gedacht. Hallo? Hey, Meredith. Hey, der Papa. ist das Ding. Ich habe etwas über Poker, Fisch und Margaritas. Habt mit Mama, aber ja, kann ich nicht schlägen. Wie geht es dir? Ja, ich fange an, ihn zu lieben, komm. Ich beginne, es lieben. Auf der Straße, die Freiheit, die Menschen. Das ist großartig, zu hören. Frank ist ziemlich der Charakter, hm? Frank ist ziemlich der Charakter in der Tat. Den habe ich doch nur einmal gesehen bis jetzt. Er meinte, du hättest ihm immer sehr geholfen. Stimmt, hat er gesagt am Anfang. Er hat gesagt, du hast ihm einmal geholfen. Mehr als einmal. Well, was kann ich sagen? Er mag Baseball ein bisschen zu viel. Er hat den Betten jedenfalls nichts zu ernsthaft. Und was ist mit Bert Mackey? Können wir mal schön ausfragen. Und was über Bert Mackey? Bert? Bert Ja, denke ich auch. Ja, denke ich auch. Speaking of staying on the good side, your mom's telling me to hurry up. We're going to a movie. Okay, dad. Don't keep her waiting. What movie? Stand by me. About four Oregon boys in the 50s. Right up my alley. Sounds good. Say hi to mom for me. Will do. Bye, Meredith. Ja, schade, dass wir nur noch einmal ausfragen konnten. Und ob das irgendwie eine Bewandtnis hat. Äh, zu Hause bleiben Fernsehen. Zu Hause bleiben ein Buch lesen. Ja, komm, arbeiten wir mal am Material zu. Edit 87. Nützt ja nix. Muss ja auch weg. All right, here we go. Weil bevor wir uns den Schnurz im Fernseher angucken und die Bücher hier, kannst du auch vergessen. Oh, Freitag, der 5. September. Ja, das war der Donnerstag. Oh, es regnet, super, toll. So, was haben wir denn alles auf unserer Tour heute? Hier eine Menge Pakete und Briefe, da. Ähm, hier. Genau, die Videobox abgeben. Bei Lori. Ja, sieht machbar aus. Und dann schauen wir mal, was uns noch erwartet. Bin ich gespannt, was der Freitag so bringt. Ähm, ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr dabei bleibt wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Und aktiviert das Glöckchen. Denn wisst ihr nämlich immer, wenn es weitergeht bei mir auf dem Kanal und mit Lake. Ja, und dann würden wir uns, ähm, auch schon sehen, wenn es an den Freitag geht. Und ich sage bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.